willkommen zu einem update für zwischendurch in dieser woche nur diese eine münze aber das ist etwas ganz besonderes und zwar handelt es sich hier um die 25 euro münze 25 jahre deutsche einheit von 2015 eine münze aus 999 silber 34,5 mm im durchmesser und in stempelglanz ich freue mich riesig hier eine bekommen zu haben denn zum beispiel meine bank firma hatte insgesamt zehn stück zur zuteilung bekommen auf bestellung und die waren innerhalb von einer woche schon vergriffen und ich weiß auch von einigen anderen bank firma die sogar noch weniger nur bekommen haben also schon im vergleich auch zu 2 euro münze richtig selten genau er gekauft das ganze bei mdm 25 euro für 25 euro plus versand hier die münze ist von der prägelgruppe f ein wirklich sehr sehr schönes stück muss ich sagen wie gesagt bin auch sehr froh eine bekommen zu haben ich kenne leider die genauen auflagezahlen so nicht und ich denke das wird sich noch ergeben und unabhängig davon dass ich diese münze nicht verkaufen möchte rechne ich doch mit einer relativ starken wertentwicklung für die nächste zeit und freue mich diese münze diese woche meine sammlung aufnehmen zu können ja was bleibt mir jetzt am ende noch zu sagen es war dieses mal leider sehr kurz ich hoffe eigentlich dass die luna serie mir bald geliefert wird und auch noch ein paar andere sachen da kommen dann wieder updates am laufenden band ich habe aber doch noch einiges auf platte was ich schneiden und rendern muss also keine sorge ihr seid versorgt noch die nächsten wochen ja und wie immer wenn es euch gefallen hat würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten update wieder oder auch gern bei einem anderen video also bis dahin tschüss